Da ist er ausgestiegen, ja, und ich habe nie wieder was davon gehört. Ich habe zu ihm gesagt, hier, wenn sie jetzt weiter dahinter gegen Scheibe stoffen, dann halten wir mal an und dann hole ich immer die Polizei wegen des gleiche Eingriffs im Bahnverkehr. Wie ist der Werbung? Wer an der Fahrt ist, ist der Heiter mit dem Führer, aber bei unten und geht's raus!